Moins meine lieben Freunde, hier ist euer Bobatz und wie ihr seht, habe ich geile Klamotten an, ja, weil ich habe euch ja versprochen, ich wollte das Ding ja nochmal ausprobiert, ein bisschen kriegstechnisch, ja, und gucken, ob alles läuft und da ich zufälligerweise gerade in Bochum bin, beim lieben Team Biest, beim lieben Dave, Dave, da ist Dave, ja, werde ich jetzt das Ding für euch ein bisschen testen, um mal zu gucken, ob sich das auch im Spiel bewährt, ich habe jetzt die Optik draufgeschraubt, die es noch zu gewinnen gibt, wenn ihr meine Instagram Account 1000 Follower erreicht habt, was auch schon ganz nah dran ist, ja, das werde ich jetzt auch ein bisschen ausprobieren, das heißt also quasi, ihr gewinnt ein gebrauchtes Objektiv, ja, so, der Dave, der wird mein Kameramann sein, der wird mich begleiten, weil ich meine Helmkamera vergessen habe, wenn wir im Jugendlichen leicht sind, ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt im Krieg, . WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So meine Freunde, das Spiel ist jetzt zu Ende. Wir haben jetzt mal eine Runde im kleinen Kreis gezockt, ja. Die Valkan ASL Tango hat mich überzeugt. Also das Ding schießt stur gerade aus. Es macht übel Spaß mit der zu spielen. Sie hatte zwei Gear Gems. Hätte ich nicht gedacht, aber ich hatte auch einen falschen Akku drin, ob ich danach alles festgestellt. Hatte zwei Gear Gems, aber wie gesagt, durch dieses kleine Löchlein, das da, ja, einfach mit einem kleinen Schrauben zieh rein, ein Stück nach hinten drehen, macht das irgendwann, dann läuft die wieder. Ja, man braucht also die Karre nicht komplett zerlegen für den Gear Gems, um den zu lösen, das geht ratzfatz. Also für Anfänger, wie gesagt, 180 Euro kostet die rund, wenn man halt etwas, das ist halt, es ist ein Anfängergewehr. 1,1 Joule, macht Spaß, das Teil ist robust, schießt gerade aus, was soll ich noch weiter sagen. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo und 1.000 Euro auf mein Bankkonto. In diesem Sinne, haut rein, bis dahin und tschüss. Bis die Tage ohne Periode. Okay, tschüss. So, mach ich mal, Posida. Zum Sportenlaufen. Warum? Weil ich neues Gas reinmachen muss. Achso, Sie sind gar nicht schlecht. Nein. Nein? Ich bin der beste Spieler hier. Ach, du Scheiße. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. In die Eier. Nimm das. Nimm das. In die Eier. Nimm das. Nimm das. Hab ich dir einen Zack geschossen? Ja.